Wirklich jetzt? Bei diesem Foto dürften die Fans von Sarah Engels wohl Schnappatmung vom Feinsten bekommen. Die 31-Jährige teilt einen Schnappschuss aus Dubai, auf dem sie liebevoll ihr Mini-Bäuchlein umfasst. So weit, so gut, wäre da nicht dieses Schwangerschafts-Emoji. Sarah Engels Fans kommen ins Grübeln, den Blick auf ihren Bauch gerichtet, den sie schützend umfasst, sitzt Sarah Engels im Bikini und mit Sonnenbrille vor der Traumkulisse Dubais. Außergegeben im Anlass, schreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin zu dem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Aber was meint sie nur damit? Sarah Engels spricht Klartext, nein, ich bin nicht schwanger, doch würde Sarah, die bereits Mutter von zwei Kindern ist, die Babybombe wirklich so beiläufig platzen lassen? Wenigen Stunden später löst Sarah die Situation in ihrer Instagram-Story schließlich selbst auf. Nein, ich bin nicht schwanger, leitet sie ihr schriftliches Statement ein. Aber tatsächlich habe ich in den letzten Tagen unendlich viele Nachrichten bekommen, dass ich schwanger aussehen würde, ob ich nicht schwanger sei und wollte darauf sensibilisieren, dass es für eine Frau auch wirklich verletzend sein kann, wenn man gefragt wird, ob man schwanger ist, heißt es weiter. Man weiß ja nie, was vielleicht dahinter steckt, dass Frauen sich immer wieder erklären müssen, nervt Sarah. Man weiß ja nie, was vielleicht dahinter steckt, ob sie vielleicht gerne schwanger werden möchte und enttäuscht darüber ist, es nicht zu sein, oder einfach ein paar Kilo zugenommen hat, schreibt sie in ihrer Instagram-Story weiter. Sarah Engels bekommt ein Foodbaby, nach ihrem Statement teilt Sarah das Foto von ihrem kleinen Bäuchlein nochmal und stellt unmissverständlich klar, es handelt sich nur um ein simples Foodbaby. Immerhin war in ihrer vorherigen Story zu sehen, wie Ehemann Julian Engels seiner Liebsten einen vibrieren den Piepser in die Hand drückt und sie lachend wegläuft. Die beiden haben sich in Dubai also einfach nur richtig gutes Essen gegönnt.